Moin Moin, ich bin's, euer Flatti. Herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Dieses Mal habe ich etwas vor, was ihr auf gar keinen Fall nachmachen solltet. Und zwar habe ich hier Schälchen mit scharfen Peperonis. In jeder so eine Schale sind fünf Stück drin. Ich habe hier vier so eine Schälchen, also insgesamt 20 scharfe Peperonis. Und die habe ich vor in diesem Video alle komplett aufzuessen. Mal schauen, ob ich das schaffen werde. Als einziges Hilfsmittel stehen mir zwei Liter Wasser zur Verfügung. Ich bin wirklich gespannt, ob ich das schaffen werde. So, los geht's. Machen wir die erste Schale auf. Schaut euch nur diese schöne Peperonis an. Sehen lecker aus, nicht wahr? Und die sind scharf. So, die erste ist aufgefuttert. Boah, sind die scharf. So, die Tritt... Mir geht schon die Stimme weg. So, die vierte ist auch weg. Und Nummer fünf. Boah, die fünfte war ja erst bitter und dann auf einmal kam eine richtig heftige Schärfe durch. Aber immerhin, die erste Schale habe ich leer gemacht. So, geht's... Jetzt geht's weiter mit der zweiten Schale. Scharf, 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 scharf. Scharf, 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 scharf. Mir kommen schon ein bisschen die Tränen. Scharf, 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 scharf. Scharf, 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 scharf. Die zweite Schale ist leer. Das heißt, ich habe zehn scharfe Peperoni schon hinter mir. Das heißt, zehn Stück liegen noch vor mir. Mir verbrennt gerade meine Zunge. Das heißt, ich habe zehn Stück liegen. So, zwölf Stück habe ich schon hinter mir. Das heißt, ich habe zehn Stück liegen. So, die dritte Schale ist leer. 15 Stück habe ich jetzt schon geschafft. Hätte ich jetzt selber nicht gedacht, dass ich das schaffe. Denn die sind ultra scharf. Dann läuft einem schon das Sapper im Mund zusammen. So, die letzten fünf schaffe ich auch noch. Dann geht's. Dann geht's. Dann geht's. Nummer 18 Jetzt kommen wir zu Nummer 19 Das hier ist die letzte Und die werde ich auch noch aufschaffen Meine Zunge brennt Ich habe es geschafft 20 scharfe Peperonis habe ich aufgegessen Diese ganzen vier Schalen hier, die sind leer Seht ihr, es ist alles komplett leer Ich habe es auf geschafft Und glaub mir Das brennt sowas von Also morgen auf der Toilette werde ich meinen Spaß haben Wenn es schon oben so brennt Wird es unten noch doppelt und dreifach so brennen Tut das gut So, das war es jetzt auch wieder von mir Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen Und bis zum nächsten Mal Wenn es wieder heißt Wartet noch Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal